Spannende Musik Okay, dann würde ich einfach mal gucken. Okay, und was bringt denn der an? Da kann der hier... Oh! Da kann ich zwei Pfeile mit schießen! Oh, das ist natürlich cool. Ist draußen grad dunkel. Ja, nun will ich einfach mal kurz... ...testen, wie viel Schaden damit eröffnet hat. 50! Ich mach 15 Schaden. Gross. Ah, okay, ich verschieße da immer nur ein. Das ist auch gut zu wissen. Also ich schieße sozusagen zwei für ein. Dann lasse ich den anderen einfach da und setze... ...flamme 1. Rückstoß, ne, ich gucke das. Ich möchte noch gern... Schlag, schlag, ne, schlag nicht. Stärke. Schärfe, ne, schärfe ich auf dem Rückstoß. Aber schlag doch auch, oder? So. Schlag. Und Flamme. So. Das ist ne... Bann. Das ist überhaupt nix drauf. Diamanten habe ich dabei. Ähm, äh, äh, nein. So, dann packen wir... Ähm... Schärfe 1. Rückstoß. Rückstoß... ...möchte ich eher nicht. Plünderung. Ähm... Ähm... Glück, 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 glück 1. Was ist da? Glück 3. Behutsamkeit. Ja, okay, machen wir, glaube ich, erstmal das Schwert. Ähm... So. Äh... Äh... Verbrennung, 2. Verbrennung, 2. Und Blündung, 13. Uff... Äh, 2. Wartet mal, ich hab doch... Wo war das wo an... Das... Ne, ich hab nur eine DSP-Zeige. Ähm... 6 Level. Pack ich da erstmal Effizienz drauf. Sooo... Der Glück pack ich aber wieder zurück. Schutz... Schutz... Wo sind denn... Äh... Ich brauche jetzt gerne die Erfahrungsfläschchen. Ich hätte noch irgendwo Erfahrungsfläschchen. Ach da. So. Gut... Gut... Einmal... Einmal... Was? Da bräuchte 3, 4... Oh... Wie viel brauche ich denn dafür... Elf... Okay, das reicht nicht. Das reicht... Das reicht ganz und gar nicht. Muss ich wohl so rein... Muss ich wohl so rein, wa... Und... Ich lege das einfach mal da rein... Lege ich das einfach mal da rein... Einmal... Und... Lass ich den Helm auch mal da... Ähm... Das hier mit... Tiamonten... Äh... Äh... Lop... Hier... Haltebräuch Sticks... Ich hab gesagt... Sticks... Keine Türen... Moa... So... 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 Was haben wir denn hier... Water... Potion... Ice... Fire... Dark... Electric... Und... Wind... Uhhh... Potions... Hört sich nicht schlecht an... Wie... Bob... Blende... Ah... Okay... Einfach so... Fire... Fire... Essence... Ah... Essence... Es... Wind... Wind... Essence... Ich hab live... Wind... Electric... Eis... Eis... Hörst ich... Bestimmt... Oh... Potion... Ich mach einfach mal... ähm Portion 1 so haben wir hier jetzt noch irgendwo Rückstoß Schutzglück Schutz 2 ja gut gucken wir mal gleich was die machen ähm zumindest mal gucken in welche Richtung wir müssen müssen da nach hinten so was habe ich hier hier ist die Eisessenz macht gar nichts na wie benutze ich denn sowas oh okay keine Ahnung wie man es benutzt werden wir wahrscheinlich noch rausbekommen ähm so wir müssen in diese Richtung oh was denn da eine Höhle in diese Richtung äh ne die macht gar nichts hm oder oder brauche ich da irgendwas im Inventar noch aber das kann natürlich auch sein dass ich da noch irgendwas dazu brauche muss ich vielleicht mal nachlesen aber wir machen uns jetzt hier erstmal auf die Tour Tintenfisch Tintenfisch so wir nehmen hier das Häuschen mit würde ich sagen da links ist auch ein Turm oder ach ne halt hier war ja nix oder das verstehe ich nicht ganz warum die überhaupt leer sind so aber wir wollten ja eigentlich woanders hin nein nicht dagegen das muss ich mir merken da denn wir wollten hier natürlich erst zu dem Schiff okay das ist einfach geradeaus so denn in der warum höre ich kein Sound what